Ach, hier, der Raum. Hier haben wir die 5. Führe das Beschwörungsritual durch. Wie führe ich das durch? Muss ich nochmal zur Tasche? Ah, ich muss hier was holen. Aha. Moment. So, jetzt ist es besser. Und nun? Ich stehe im Kreis. Brauche ich noch mehr? Eine Kerze. In der Mitte? Na, ich wollte schon sagen. Brauche ich noch mehr? Feuer. Brauche ich noch mehr? Die heilige Bibel. Schreib ins Buch. Und jetzt? Und jetzt? Die heilige Bibel. We honor You. We gather You to reach Your divine light. Purify our souls and open our hearts so that we may hear Your holy words. Let the gates of the heavens open and the infinite sources of light flow towards us. O Mighty One, guide us in times of darkness. Eliminate us with Your light so we may find our paths. We open our souls to Your love, allowing us to be filled with divine wisdom. With the words written in this holy text, we dedicate our souls and bodies to Your supreme power. Grant us peace and wisdom to spread the darkness within us. Elevate our spirits with Your words. Follow Your joy. Oh, hübsch. Nehmen wir auch auf. Wir wurden in die Kirsche gebeamt. Oh, was ist das da? Das sieht nicht gesund aus. Das sieht nicht gesund aus. Da ist jemand dran. Was ist mit euch hier? Solltet mal ein bisschen mehr essen. Ah, mein Buch. Was? Was steht da? Ei? Bin ich gestorben? Bin ich jetzt? Achso. Ach, ich bin wieder zurück. Licht ist auch noch an. Ah. Hier ist ein Balkon. Zwei Balkone? Mit Wäscheleine? Cool. Der geht immer noch auf. Aber man kann sich ja nicht bücken, ne? Doch, man kann sich bücken. Cool. Das wusste ich nicht. Ich hätte gern ein Dokument gefunden. Du bist auch kein Dokument. Ist der... Der ist noch mal da. Hier ist aber dunkel. Da ist ein Schalter. Ah. Das ist aber ein komischer Balkon. Oh, was machst du denn hier? Warst du vorhin auch schon da? Ich frag ja nur mal. Eine einfache, kleine Küche. Mit Radio. Kann man das einschalten? Nein. Geht hier doch auf. Ah. Hier ist aber viel drin. Huch. Scheiße. Gott sei Dank. Kein Braten in der Röhre? Warte mal. Wir gucken noch mal ins Klo. Ach, hier ist eine Badewanne drin. Cool. Aber wo stellt man die Waschmaschine hin? Komischer Wohnungsquerschnitt. Das geht immer noch. Ich weiß nicht, was ich jetzt hier machen soll. Ich kann hier nix mehr interagieren. Hier geht nix. Hier liegen jetzt Sachen. Ich weiß nicht, ob die... Hier waren Kinder auf jeden Fall. Ach, hallo! Ich glaub, ich mach mal die Tür zu. Hier kommt die Treppe hoch. Hört ihr das? Kann man da durchgucken? Nee. Ich mach jetzt nicht die Tür auf. Könnt ihr vergessen. Ah. Ist hier ein Telefon? Wo ist hier ein Telefon? Ach, da drin im Schrank. Hallo? Das war gemein. Macht hier einer unser Fenster kaputt? Wo ist denn der Lichtschalter? Hier. So ein Käseknief hier. Ist aber gut da draußen. Kann man den nehmen? Nee. Hm. Teddy? Was sagst du dazu? Ich mach die Tür nicht auf. Könnt ihr vergessen. Nimm mich! Ich mach auch kein Licht aus. Könnt ihr vergessen. Kann ich hier irgendwas wieder... Das bleibt. Nein. Ich kann hier runter gucken. Sollen wir das Haus verlassen? Ich weiß das nicht. Hier ist ja nichts weiter, ne? Nur, dass das Messer geflogen kam. Was soll's? Ah. Arschloch. Was ist jetzt noch? Was ist jetzt passiert? Was ist... Hallo? Kann ich wieder zurück? Geht die Tür noch auf? Die Tür geht nicht mehr auf. Ich glaub, der Flur hat sich... Ah, da war was. Hallo? Frau? Ah! Du bist hübsch. Entschuldigung. Hä? Hä? Nicht? Bitte bleib an, bitte bleib an. Hallo? Hallo? Ah! Entschuldigung. Ich feier hier ab. Wir drehen die Augen. Tür bleibt zu. Ah. Äh. Äh. Oh. Kann man jetzt hier... Hier ist ein Bretter ab, ne? Aber ich kann die nicht abmachen. Hab ich hier noch Werkzeug drin? Nee. Ich hab Herzklopfen. Ah! Das ist das Radio. Ich glaub, das Radio ist kaputt. Jetzt gucken wir mal beim Fernseher. Ja! Was? Klo plus Tod gleich Schlüssel. Im Klo... Im Klo ist der Schlüssel. Wir gucken hier nochmal. Hä? Wir gucken hier nochmal. Hi! Wer hängt sich sowas in... Nein! So! Dann mal... Todesmutig. Ins Klo. Äh. Äh. Ich hab'n... Ich hab'n Schlüssel. Für was ist der Schlüssel? Wenn ich fragen darf? Hier find ich. Für was ist der Schlüssel? Was war das jetzt? Was hab' ich da jetzt reingelegt? Ja, weiß ich auch nicht Handy. Mein Handy hat mich angeheht. Ah! Hallo, junge Frau. Du musst einsam sein. Das ist nicht sehr schlau. Lass mich zu dir rein. Ich hab'n Schlüssel. Äh. Wie waren das? Dokumente. Hm. Ich hab'nix mehr. Der hat die Schlüssel weggelegt. Aber, aber, aber... Hallo? Können Sie mir helfen? Bitte? Warum sind denn die da eingesperrt? Das ist übrigens Echtzeit da oben, die Aufnahme, ne? Das Video läuft auch schon 34 Minuten, also die Aufnahme. Hier ist nix. Kommen wir mal da raus. Sag mal, was Phase ist. Hm. Geht nicht mehr. Mehr, 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 mehr. Was soll ich denn jetzt hier machen? Das ist die Klingel. Ah, ich hab' noch nie eine Idee. Ich weiß nicht, was ich jetzt hier machen soll. Keine Ahnung. Anrufen geht auch nicht. Könne ich mit dem Buch noch was machen? Hier liegt was. Lag das vorhin auch? Bisschen sinnlos gerade. Kakteen hab' ich auch. Das ist aber ne komische Pflanze hier. Die ist aber sehr komisch. Ja. 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 Ich weiß immer noch nicht, was ich machen soll. Mal nochmal im Klo gucken. Ah. Buh. Jetzt hab ich ne Errungenschaft gekriegt. Buh. Ich mein trotzdem nicht, was ich machen soll. Ich klicke jetzt hier Bild drum. Ich klicke alles an. Alles. Schuhe. Sicherung. Klingel. Licht. Oh. Nein. Tür zu. Ei. Ich geh mal ganz dicht ran. Äh. Komische Augen. Und wenn ich hier dicht ausmach? Kommst du dann? Nein. Denn nicht. Das Drehrad ist geil vom Ventil. Hier dreht man wohl die Heizung auf und stellt dann damit die Temperatur so ein, wie man es haben möchte. Hier ist auch überall Zigaretten. Na? Jetzt bin ich mal gespannt. Die Uhr ist kaputt. Ich komm hier nicht durch. Ist jetzt nicht wirklich interessant, ne? Kann ich ins Bett? Ich mach jetzt mal über Licht aus. Ich weiß sonst nicht, was ich machen soll. Das machen wir als letztes aus. Ne, das war hier, ne? So. Das war mein Bewegungsmelder. So. Das lassen wir noch an. So. Hallo. Mach doch mal was. Das kann ich nicht ausmachen. Hilfe. Ich kann doch mal zur Tür gehen. Vielleicht geht die jetzt auf. Aber wird nicht gehen. lass mich raus. Okay.